hallo und herzlich willkommen zur letzten folge hypixel skyblock mit dem ostrhein ja wir hören mit diesem projekt hier jetzt auf das hier ist die letzte folge weil ja es macht nicht mehr so viel spaß irgendwie und so richtig jetzt hier mit dem hafen sinn ergibt das ja nicht dann so am ende und deshalb sagen würde dass wir jetzt halt aufhören damit so grob ist ja fertig wir haben ja jetzt die baufläche fast komplett ausgenutzt da hinten geht es noch ein bisschen weiter genau wie wir sind jetzt schon mal angesprochen dass wir uns verstecken und dann der andere sucht als zum beispiel dass ich jetzt einmal vor besuche und dann habe ich mich halt auch immer so und dann ja genau das machen wir jetzt besser anfangen er fängt an du versteckst es okay so lange ungefähr die minute ja jetzt so okay kannst schon viel gebaut hier aber du kannst noch da kann ich ja nicht sehen ist gestorben da habe ich lachen ich würde machen noch an die ganze kisten hier für einen block abbauen weiß ich nicht nein wir sind nicht wieder wenn meiner kneipe habe ich mein blöd dass wenn ich gerade nicht mehr sicher bin ob mein haus da hinten wirklich noch steht du bist ja schon an der kneipe nach wirklich ja dann hätte ich dann nicht überlegen müssen ob der baum ich war schon früher beim ostern immer schlechter eigentlich bin ich voll auffällig aus mir so drei mal angeguckt ja jetzt das ist voll angeguckt ich sehe hinten das portal wenn du ganz hinten bist nein da bin ich ja nicht nein noch sehe ich mich jetzt konnte ich dich ganz kurz sehen kann ich dich riechen jetzt kann ich dich nicht mehr riechen und nicht mehr sehen wie auffällig soll ich denn noch machen wie denn auffällig ich sehe ja kein paar bärer an ich konnte gerade schon wieder riechen schmecken und sehen ich habe gesagt keine ahnung ja ich gebe mich fahr 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 so du kannst dich verstecken kommt 2 3 3 4 4 5 6 5 6 7 7 8 7 es war dezent Ich habe ein anderes Versteck gehabt. Ich verstand da hier. Und ich habe da hinten deinen Namen gesehen. Ja. Ja, ja, ja. Dann bist du mal schnell weg und dann gab es wieder um die Ecke. Das waren die Reise von dir. Ich wollte das hier nehmen als in Luft springen. Hä? Ich weiß, dass es nicht geht. Danke. Das ist eigentlich auch witzig. Jetzt gerade so. Also, das war es dann eigentlich auch so mit der letzten Folge, oder? Ja. Ja. Wenn euch diese letzte Folge, die etwas komisch und kurz war, gefallen hat, dann lasst ein Like und Abo da. Schaut natürlich noch mal vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.